Dieser Podcast wird präsentiert von Genius Alliance. Es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge hier im Genius Angel Podcast, frisch produziert in der Podcast Manufaktur. Mein Name ist Norman Müller und diese Woche ging eigentlich katastrophal los. Am Montag bin ich morgens aufgewacht und hatte keine Stimme mehr. Das ist eine Vollkatastrophe. Also natürlich, das große Positive, was wir da wieder erkennen können, ist mehr hinzuhören. Das Universum hat gesagt, hey, einfach mal Klappe halten, hinhören, ist jetzt angesagt. Auf der anderen Seite, die Stimme, das wichtigste Instrument, das wichtigste Tool, was wir haben im Podcasting. Wenn das nicht funktioniert, wow, das ist natürlich dann der Super-GAU. Noch dazu, weil ich euch diese Woche ein neues Mikrofon vorstellen wollte, dass ich jetzt gerade reinspreche. Also mich würde interessieren, inwieweit du dieses besser oder schlechter findest, als das, was du bisher gewohnt warst. Bisher hatte ich das Shure SM7B am Start. Und wie dieses Mikrofon heißt, das erzähle ich euch dann in den Kommentaren unter den Shownotes dieser Podcast-Folge. Also schreibt mal rein, inwieweit euch das besser gefällt vom Klang her oder das, was sie vorher hatte. Das würde mich mal interessieren. Das Thema heute, oder das Thema der heutigen Folge, sechs Mythen zum Thema Podcasting. Doch bevor wir da loslegen, noch drei Ankündigungen. Und zwar haben wir einmal den Podcast Get Your Way, Konfliktsicherheit für Frauen, auf dem Weg in die Führungsetage mit Tom Seufert gelauncht. Bin ich echt stolz drauf. Richtig cooler Podcast geworden. Der Tom gibt alles, absoluter, also der Top-Experte eigentlich zum Thema Konfliktprävention. Danach auch in der Spezialisierung auf Frauen. Also mega tolles Projekt. Bin ich wirklich stolz, dass wir das mitproduzieren durften. Sehr, sehr cool. Und der zweite Podcast, der an den Start ging in den letzten Wochen, war Startbahn 27 mit meinem Co-Host. Also da bin ich selbst auch Host mit in diesem Podcast. Und meinem Co-Host Nico Hildmann. Er selber ist Innovation Scout und Verantwortlicher für den Startup Accelerator in Schweinfurt. Da können wir was für die Region machen. Das freut mich außerordentlich. Haben wir von langer Hand geplant und vorbereitet. Und jetzt dieses Jahr geht es endlich los. Und dann gibt es noch einen Podcast. Den Namen nenne ich noch nicht. Der ist nämlich richtig cool. Da musste ich auch ein bisschen was lernen zum Thema Finanzen und Steuern. Mit den beiden Podcast-Hosts Florian Fischer und Andreas Reichert von Fischer und Reimann. Also der Steuerkanzlei Fischer und Reimann. Das wird ein mega Podcast. Darauf könnt ihr euch wirklich freuen. Diese Insights, die kennt ihr, bin ich sicher, kennt ihr nicht. Also wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. Bei uns auf der Plattform. Wann das Ganze losgeht, voraussichtlich April. Aber mehr dazu werden wir in den nächsten Wochen dann preisgeben. Also das Jahr fängt schon mal gut an. Drei echt starke Podcasts, die wir mitproduzieren durften. Also nochmal ein ganz großes Dankeschön an alle, die da im Hintergrund auf unserer Seite im Team natürlich auch auf Kundenseite mitwirken. Also das macht richtig Spaß. So, jetzt machen wir eine kurze Unterbrechung und dann starten wir los mit den sechs Mythen zum Thema Podcasting. Kleiner Hinweis, bevor wir loslegen. Der sechste Mythos ist der wichtigste und der interessanteste. Also schön dranbleiben. Das wird eine ganz spannende Geschichte. Legen wir los. Der erste Mythos ist, im Podcast ist eine One-Man-Show, ist eine One-Woman-Show. Absolut nicht. Das kann man natürlich am Anfang machen. So in den ersten Gehversuchen war das Podcasting bei mir auch eine One-Man-Show. Ich habe mir das alles selbst beigebracht. Welches Mikro, welche Technik, welche Software müssen wir da einsetzen? Welche Prozesse sind dahinter notwendig? Einfach, weil ich Lust drauf hatte. Man könnte sagen, ich habe das als Hobby gestartet. Dahinter war kein Business Case, da war keine Strategie im Vertrieb, im Marketing oder sonst irgendwas. Sondern ich habe einfach Lust gehabt, das so für mich zu machen. Wie das so funktioniert mit dieser ganzen Technik und diesen ganzen vielen bunten Lichtern und Reglern. Und das ist immer schön, wenn man daran zurückdenkt, wie man da angefangen hat. Und dass man eigentlich überhaupt keinen Plan hatte, aber es trotzdem irgendwie funktioniert hat. Aber es ist ein Trugschluss, wenn du einen Podcast professionell machen willst, das ist der Disclaimer an dieser Stelle, dann ist es wichtig zu verstehen, dass das im Team funktioniert. Es ist keine One-Man-Show, keine One-Woman-Show, sondern das ist eine echte Teamarbeit. Also auch bei uns im Hintergrund sind ganz wichtige Personen, der Manu zum Beispiel, der Nico, der das Ganze schneidet. Also der Manu ist zuständig für das ganze Thema Audio-Branding bei uns. Der Nico schneidet das Ganze, die Dea und die Vera, die machen hinten die, also nach der Post-Production quasi das Publishing, das Content-Management und so weiter. Und dann sind noch eine ganze Reihe mehr Leute dabei, die zum Beispiel Transkripten oder was auch immer, irgendwelches Artwork machen für irgendwelche Cover. Aber genau, also da hängt ein ganzes Team dahinter, deswegen sollte man das Ganze nicht unterschätzen. Wie gesagt, ich rede immer von einem sehr hohen professionellen Qualitätslevel. Wenn du das aus Spaß oder als Hobby machen möchtest oder sagst, hey, da arbeite ich mich mal so in den letzten zwei Jahren rein, dann kannst du das natürlich schön alleine machen und dann ist das wie eine Modelleisenbahn nebenher aufbauen. Aber dann muss die Erwartungshaltung halt auch entsprechend niedrig sein. Also unser Fokus ist ja damit wirklich im Vertrieb neue Kunden zu gewinnen, neue Märkte zu erschließen, Marktschancen wirklich zu nutzen. Und das dann weit weg von Hobby. Da arbeiten wir dann richtig im Team. Zweiter Mythos. Ein Podcast ist einfach und billig. Billig bedingt. Man darf sagen, das Podcasting ist, sagen wir mal, die effizienteste Vertriebsstrategie, die du für dein Unternehmen einsetzen kannst. Ich würde sagen, dass, ja, ich würde sagen, dass es nichts oder keine andere Maßnahme im Vertrieb, vielleicht sogar auch im Marketing gibt, die kostengünstiger ist, um Reichweite aufzubauen, um Neukunden zu gewinnen, etc., etc., etc. Also es ist ein sehr hocheffizientes Tool, aber es ist nicht billig. Es ist nicht so, dass das irgendwie so 200 Euro kostet und fertig, sondern das ist schon auch ein Invest, was man eingehen kann. Aber dadurch, dass es sehr hocheffizient ist, ist es ein sehr interessantes Invest. Also auf gut Deutsch, wenn Kunden mit uns arbeiten, dann buchen die in der Regel unseren Full Service. Das heißt, Unternehmensberatung beispielsweise, die wollen ja nicht im Morgen sich ausbilden lassen zum Podcasting. Oder zum Podcaster, zur Podcasterin. Sondern die sagen einfach, hey, wir sind weiterhin Unternehmensberater, wir wollen aber einen Podcast haben, wir machen die Interviews selbst und geben euch die Aufnahmen und die Post-Production und das Publishing. Das findet dann bei uns statt. Und das ist auch genau das, wofür wir antreten oder was unsere Kernkompetenz ist, dass wir im Grunde diese Wertschöpfungskette anbieten können. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn wir den Podcast so aufbauen und wir fokussieren ja voll auf dem Digitalvertrieb und nicht auf das Marketing. Das Marketing ist quasi so, wenn man so will, ein Abfallprodukt. Du baust Reichweite auf, du baust Sichtbarkeit auf, du wirst deine Personal Brand bauen. Ganz nebenbei eigentlich, aber unser Fokus ist auf dem Vertrieb. Das heißt, wenn dieser Podcast in einer der ersten fünf Folgen neuen Kunden gewinnt, dann sind wir quasi schon für den Rest des Jahres bezahlt. Und deswegen muss ich diesen Mythos so ein bisschen entkräften und sagen, es ist schon günstiger als alles andere, vor allen Dingen viel effektiver, weil du natürlich mit der ersten Folge sofort mit deinen nächsten potenziellen Neukunden sprichst. So, das war der zweite Mythos, der dritte Mythos. Jeder kann einen erfolgreichen Podcast haben. Das ist tatsächlich ein Mythos, denn das können wirklich nur die erreichen, die hart an diesem Thema arbeiten. Also wenn du sagst, ich probiere das jetzt mal aus, ich mache jetzt mal so fünf Folgen und dann gucke ich mal, inwieweit das da im Markt ankommt, dann muss ich dich enttäuschen, dann wird das in der Regel nichts. Sondern ich bin großer Fan davon, eine Kommunikationsstrategie zu entwickeln und das Thema Podcasting in deine bestehende bisherige Kommunikationsstrategie zu integrieren. Also da muss man sich ein bisschen mehr angucken als nur ein Podcast. Dann reden wir über eine professionelle Art und Weise, das Ganze umzusetzen. Und jeder, der da wirklich auch diese Leidenschaft mitbringt, diese Kreativität, aber auch harte Arbeit, der wird natürlich belohnt mit dem Podcast. Das ist völlig klar. Und wie gesagt, ich spreche jetzt hier nicht von Reichweite oder sonst irgendwas, weil das sind so Themen, vielleicht spreche ich das ganz kurz an, das wird nämlich oftmals in Verbindung mit dem Aufbau eines Podcasts in Zusammenhang gebracht. Also du kannst hier eine Reichweite aufbauen, eine Sichtbarkeit aufbauen. Das ist alles richtig. Aber die Leute, die mit diesem Thema an euch herantreten, die reden von einer Entwicklung, die so in ein, zwei Jahren relevant durchschlägt auf deinen Umsatz. Ja, also das heißt, du kannst dich natürlich schon nach wenigen Wochen feiern, weil immer mehr Leute dich kennen, ja. Aber uns interessiert das Ergebnis und das Ergebnis ist ein tatsächlicher Umsatz. Das heißt, wenn du dich nach ein paar Wochen fragst, wie viel mehr Umsatz hast du in deiner Tasche durch den Podcast, wirst du in der Regel sagen, also wenn du auf Reichweite aus bist, nee, gar nichts, ja, sondern du brauchst ein Vertriebskonzept oder ein Vertriebssystem, wie wir das nennen, dahinter. Und dann ist der Fokus auch ein ganz anderer, das ist die Herangehensweise, ganz andere, ganz andere Methoden, die wir da anwenden. Und alles andere, was dann hinten raus so automatisch sowieso passiert, das nennen wir dann Marketing. Dann ist das das Reichweite und Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Ja, aber nur durchhalten ist wichtig. Das ist wie, du willst ins Fitnessstudio, um irgendwas an dir äußerlich zu verbessern, zu optimieren, zu verschönern, was auch immer. Dann ist das einfach eine Frage, wie oft gehst du ins Studium, wie ernst meinst du es wirklich? Wenn du nur zweimal gehst im Jahr, ja, ist das Ergebnis null. Und so ist es im Podcasting auch. Vierter Mythos, Podcasts sind nur für bestimmte Themen oder Zielgruppen geeignet. Auch Bullshit. Ja, also man kann das aus meiner Sicht, also mich würde mal ein Thema interessieren. Vielleicht habt ihr eine Idee oder könnt mir vielleicht mal schreiben, ob es eine Zielgruppe gibt oder irgendein Thema gibt, was man irgendwie nicht mit einem Podcast bespielen kann. Das würde mich mal interessieren. Ist mir noch nicht begegnet. Und ich glaube, wenn ein Kreativprozess vorausgeht, dann kann man für jedes Unternehmen, und ich sage jetzt mal ganz bewusst, ich muss ein bisschen provozieren jetzt hier, vielleicht gibt es da draußen jemanden, der hier zuhört und sagt, nein, 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 dem werde ich was erzählen. Vielleicht gibt es, oder ich sage, meine These ist, wir können für jedes Unternehmen einen Podcast machen und das mit dem Digitalvertrieb verbinden. Bin ich mir sicher. Challenge. Challenge, wenn ihr eine Idee habt. So, das bedeutet, wir können das für jedes Thema machen. Es ist wirklich nur eine Frage der Kreativität. Wenn du sagst, mein Business in meiner Branche gibt überhaupt keine Themen für einen Podcast her oder ich kann irgendwie niemanden einladen, dann glaube ich das nicht. Ich glaube, dass das sehr viel damit zu tun hat, wie ist das Format gestaltet, wie unterhaltsam ist es, wie informativ ist es, also wie wertvoll ist der Inhalt, wie professionell ist das ganze Thema aufgebaut. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie auch in deinem Business ein Netzwerk gebildet hat, das du schon erfolgreich nutzt und erweitern möchtest. Und das sind genau unsere Zielgruppen, die wir mit dem Podcast ansprechen. Also das ist aus meiner Sicht totaler Humburg. Also tatsächlich ein Mythos. So, dann der fünfte Mythos heute in unserer Sammlung. Podcasts sind nur für Audio geeignet. Totale, wie soll ich sagen, Fehleinschätzung. Das ist tatsächlich ein Mythos, denn ihr könnt zum Beispiel mit dem Tool Riverside, was wir zum Beispiel verwenden, gibt es übrigens auch Zencaster. Da geht aber das nicht, was ich jetzt gleich sagen werde. Mit Riverside zum Beispiel könnt ihr natürlich Ton aufnehmen, aber eben auch Bild aufnehmen. Das heißt, ihr habt am Ende ein Video, das könnt ihr bei YouTube hochladen. Das heißt, ihr habt eure Audiospur bei irgendeinem Podcast-Hoster und euren YouTube-Channel befeuert ihr dann mit dem Video. Ihr könnt sogar noch interaktiver werden, indem ihr euch im Publikum einladet. Das geht nämlich mit Riverside. Ich weiß nicht, ob es mit Zencaster geht. Wenn ja, bitte in die Kommentare oder die Schaunos schreiben. Das heißt, ihr habt ein Publikum, das zuhört und euch über Chat anschreiben kann. Aber ihr könnt jemanden auch in eure Show holen. Und das finde ich eine ganz coole Geschichte. Das heißt, irgendjemand macht eine Wortmeldung oder möchte was dazu sagen und dann könnt ihr diese Person dann live, akustisch, also auch hörbar, für alle anderen dann in der Aufzeichnung, in den Podcast holen. Also am Ende ist das natürlich eine Aufzeichnung für euren Podcast. Aber für alle, die teilnehmen, die das wussten, habt ihr das vielleicht in den Social Media Kanälen kommuniziert, dann können die Leute live dabei sein, ihre Fragen stellen, sondern ein Teil dieser Aufzeichnung eures Podcasts. Also das muss nicht nur Audio sein, das kann auch Video sein und das kann auch Text sein. Also ihr könnt das natürlich auch alles transkribieren und daraus einen SEO-relevanten Artikel machen aus eurem Podcast. Auf der einen Seite die Audiospur und auf der anderen habt ihr natürlich auch die Textversion des Podcasts. Das würde ich übrigens immer empfehlen, wenn ihr besonders spannende Gäste habt oder die Gäste sehr nah an eurem Geschäftsmodell sind und die Keywords auch zu euch passen würden. Oder wenn ihr gerade ganz am Anfang seid von einem Podcast und sagt, ich habe jetzt keine Lust, hier jeden Tag eine Folge zu veröffentlichen, ich mache lieber so den Deep Dive, dann könnt ihr auch diese Podcast-Folgen transkribieren lassen. Gibt es Tools für, gibt es Leute für, die das machen. Also beides ist ein gangbarer Weg. Aber zu wissen, ein Podcast ist eben nicht nur Audio. Ihr könnt meines Wissens auch zum Beispiel bei Spotify eure Videos hochladen. Dann habt ihr einen Videopodcast. Also das auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten. Auch so eine Kombination ist ganz cool. Also wir machen das zum Beispiel so, es gibt Podcasts, die wir als Video auch veröffentlichen. Machen wir nicht bei jedem. Meine Haare liegen halt einfach nicht bei jeder Aufnahme top. Das ist der Vorteil beim Podcasting. Ihr wisst nicht, wie ich jetzt aussehe. So, und dann könnt ihr die Videos zum Beispiel auch auf eure Plattform stellen oder in einem besonderen Bereich stellen für VIPs oder was auch immer, die dann eben nicht nur die Audio haben, sondern eben auch das Video zum Podcast hören können. So, letzter Mythos, und ich habe euch ja gesagt, wichtigster Mythos, das große Thema Monetarisierung. Monetarisierung. Ach Gott, was gibt es da im Internet für viele Artikel und Podcast-Folgen zum Thema, wie kann ich einen Podcast monetarisieren? Und wenn dieses Thema aufpoppt, das werdet ihr jetzt ganz schnell feststellen, dann kommt immer das ganze Thema Werbung. Werbung, Werbung, Werbung. Ihr werdet vielleicht festgestellt haben, dass wir diesen Podcast hier betreiben ohne, oder sagen wir nicht ganz ohne, stimmt nicht, wenn ich die letzten, weiß ich nicht, acht Jahre zurückblicke, dann hatten wir schon auch externe Werbepartner, aber die kann ich an einer Hand abzählen. Ja, oder an drei Fingern, ich weiß gar nicht. Also in der Regel machen wir hier, wenn wir Werbung machen, dann nur für unsere Produkte und Themenwerbung und nicht für externe Partner, auch wenn das wahrscheinlich ein lukratives Geschäft wäre. Aber das würde, glaube ich, dem Podcast nicht gut tun und ehrlich gesagt habe ich da auch keine wirkliche Lust. Sondern wir machen ja den Podcast wirklich für den Netzwerkaufbau. Wir wollen coole Leute kennenlernen, wir wollen selber was lernen, wir wollen tolle Projekte mit anschieben und entwickeln. Dafür machen wir das Ganze und dafür funktioniert auch dieser Podcast. Und alles andere ist Thema Werbevermarktung, Werbeformen. Natürlich ist das ein interessantes Thema, aber mal ganz ehrlich, wenn du morgen anfängst mit einem Podcast, dann kannst du dir das Thema Werbung erst mal ganz lange in die Haare schmieren. Ist wirklich so. Also du musst einfach, entweder du hast super Glück, mega Thema, ich glaube Corona wäre 2020 ein super Podcast, oder war, ist ein super Podcast mit einer riesigen Reichweite. Also entweder du hast irgendwie so eine Nische erwischt oder hast ziemlich schnell auf ein Zeitgeschehen reagiert, dann kann ich mir gut vorstellen, mit einer hohen Reichweite auch interessante Werbepartner zu finden oder auch Sponsoren zu finden. Ansonsten der normalsterbliche Podcaster, die normalsterbliche Podcasterin, die morgen anfängt mit einem Podcast, die hat erstmal ganz lange nichts mit der Monetarisierung in Form von Werbeschaltungen zu tun. Das muss man einfach mal so sagen. Und das ganz schnelle Geld machst du sowieso nicht, es sei denn, und das ist eben der Game Changer, an dem wir gerne jeden Tag arbeiten, wenn du einen Podcast mit dem Thema Digitalvertrieb, also als Vertriebssystem verstehst und umsetzt und das konzeptionell mit ein paar Methoden und Strategien, dann kannst du natürlich mit der ersten Podcast-Folge sofort Geld verdienen. Dann reden wir aber nicht über Werbeeinnahmen oder Vermarktungsthemen, sondern dann reden wir ganz klar darüber, dass wir Leute einladen, die gut zu uns passen, deren Wertschöpfungskette wir vielleicht ergänzen können oder unser Produkt einfach die perfekte Ergänzung in der Wertschöpfungskette des anderen ist. Also das ist im Grunde aus meiner Sicht der einzig vernünftige Grund, um über eine Monetarisierung eines Podcasts zu sprechen. So, alles andere ist dann Big Business. Da sind das dann Podcast-Formate, die jenseits von gut und böse sind, von irgendwelchen öffentlich-rechtlichen oder privaten Fernsehsendern gepublished werden. Dann macht das natürlich großen Spaß, über Werbevermarktung zu sprechen. Aber ich bin mir sicher, dass hier viele zuhören, die das Thema Podcasting vielleicht für ihr Unternehmen oder für ihr Beratungsgeschäft beispielsweise in Erwägung ziehen. Und dann müssen wir einfach ehrlich sein und sagen, das Thema Podcasting gehört in diesem Status oder in diesem Stadium einfach in den Vertrieb. Und da gehört es aus meiner Sicht auch richtig hin. Da macht das nämlich Spaß. So, jetzt werde ich meine Stimme auch wieder ein bisschen ausruhen müssen. Ich hoffe, dass das einigermaßen jetzt hier klang. Das ist meine erste Aufnahme mit diesem neuen Mikro. Also volles Risiko. Wir werden diese Podcast-Folge hier am Sonntag veröffentlichen und dann freue ich mich darauf, von euch in den Kommentaren unter den Shownotes zu lesen oder schickt mir auch gerne ein Audio per WhatsApp. Sehr gerne. Gerne auch eure Fragen, dann können wir die hier im Podcast beantworten. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann gerne auch vor allem die kritischen Fragen. Die liebe ich ja ganz besonders. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Wochenabschluss oder Wochenanfang, je nachdem wann ihr diesen Podcast hört. Und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.